Neuer Part! Neues Glück! Das Level kann doch leichter werden als das letzte! Ich wollt grad sagen, das schlimmste haben wir hinter uns. Ja, ach Stoppe! Easy! Stoppe! Das war nur hoch und runter, ne? Jaja, nicht gleichzeitig hoch und runter. Vielleicht am Anfang, aber... Ansonsten, dass es immer hin und her geht. Mein Gott, ey. Ah, großartig, echt. So, den Level! Ja, definitiv. So, den Level! Ehrlich, das funktioniert so nicht. Du kannst auf die andere Seite gehen. Beide Seiten offen. Ja. Das wär zu einfach. So, jetzt holt ihr links die Pilze alle raus, dann steckt ihr sofort wieder hoch. Ne, 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 ne! Geh doch mal! Hack doch einfach, Conn, oder mach die Pilze. Ja, ich dachte mir, ich helfe ihr kurz, aber gut. Ja, ne. Der Eingang ist zu breit für zwei Leute. Wer stellt die Tomate hier hin? Okay. Okay. Äh, die Zwiebeln. Hat er mal hier Topf mitgeben sollen? Das wär einfacher gewesen, ne? Ja, das! Schön! Ihr habt die Teller, ihr habt die Teller! Oh. Ups. Ja, ich brauch eh noch eine dritte Zwiebel. Das war eine zu wenig. Nein, du hast die noch nicht gesehen, die liegt unten längst in der Ecke. Nein, die hat... Da liegen noch zwei Zwiebeln drin, da rechts! Ja, Elik hat gerade eine reingesteckt. Richtig, das heißt, das Ende war noch drin. Ja, die hab ich nicht gesehen, drück runter. Okay, nächstes Mal klappt das, jetzt wissen wir, wo alles ist. Ja. So. Ibn. Ähm, ihr braucht jetzt nochmal Tomaten. Ja, den Topf mit runter geben wär klüger gewesen. Also zumindest am Anfang. Mhm. Jetzt ist egal, weil wir es ja zum Kochen brauchen. Äh, rechts ist der Teller, Elik. Rechts, 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 da drin. Ah. Was brauchen liegen rechts? Tomaten, oder? Äh, Zwiebeln. Zwiebeln. Ich hab die drei fertige Zwiebeln, du musst nur... Achso. Kannst du, genau. So. Äh, ich seh die Kistennöchter. Okay. Power abwaschen. Dirt. Ah. Ein Dirt in einem Suppenlevel. Was ist los mit uns, Leute? Was ist nur aus uns geworden? Äh. Äh. Haben nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob die vierte Zwiebel auf einmal herkamen, aber... Du hast ja auch eine reingesteckt. Warum ist es da ein Pilz und warum liegt hier jetzt... Tja. Warum liegt das still? Die Zwiebel ist falsch. Glaub ich. Wir können ja nur das schnippeln, was du reinsteckst. Ich hab das leere Ding runtergeschickt. Ah. Ah. Ich bin übrigens komplett raus. Ich weiß nicht mehr, was wir brauchen. Ja. Ich weiß nicht, was ihr da drüben macht. Chaos macht ihr da. Okay. Da hat ein Dings nicht geschnippelt. Die Pilz hat doch gerade reingesteckt. Ja. Aber er fehlt ein Pilz. Ein geschnippelter Pilz. Da sind nur zwei in den. Ja, da waren nur zwei Pilze drin. Ja, weil Dirt einen vergessen hat runterzuschicken. Ich hab stattdessen den Zwiebel runtergeschickt. Ah, okay. Mhm. Da krieg ich nichts mehr raus, ne? Ja, das war fast Chaos. Ich glaub, das ist am nächsten Mal besser. Komm mal, fast geschafft. Wenn es so schlecht war, war es ganz schön gut. Ja. Ihr müsst uns den Teller gleich mit hoch geben diesmal. Und wir geben die Töpfe mit runter. Ah, ja, war nur beim ersten Mal ansonsten. Ja. Du machst rechts das zweite. Ja, ich mach rechts. Du machst Pilze. Oh, ich hab's geruckelt und ich hab den Pilz nicht bekommen, weil irgendjemand geredet hat, glaub ich. Ich mach die Zwiebeln als nächstes. Gott. Das ist schön. Dann weiß ich, dass ich das nächste bin. Dann fielst du schon wieder. Du, es hat sich auf den Knopf geglitscht. Ich hab's auch gleich gemacht. Wie süß. Es ist eher unpraktisch. Es ist ein Stuhl. Mhm. Ein Toadstuhl quasi. Knopf dann. Kann ich knopfen? Ach so, ne, Knopf dann. Mann! Junge! Ihr legt noch mal Pilze danach! Nimm die Teller! Nimm die Teller! Nimm die Teller! So... Also eigentlich, ganz ehrlich, kann ich doch einfach da reinschmeißen, oder? Natürlich! Ich schick dir die drei erstmal hoch! Ja, na klar! Und dann packst du mir die anderen beiden Pilze, die noch fehlen, da rein! Elige Nacht, Zwiebeln! Ja! Mega zeitgespart wie eine Zwiebel! Oh, die Pilze muss rauuuus! Ist raus! Die Tomate kann jetzt gleich! Alter! Ich mach nur noch Tomaten! Oh! 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 Wir brauchen dringend eine Pirssuppe! Ja! Wenn ich's in der Mache! Vielleicht! Und danach braucht ihr zwei Zwiebelsuppen! Ich weiß nicht, was ihr schon an Zeug habt! Eine Zwiebel ist schon drüben, die anderen zwei kommen grad! Okay! Und nach der Zwiebel quasi nochmal Zwiebel! Gut! Ähm... Jaaa... 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 Das wird dumm! Ne! Äh! Äh! Schnell die Zwiebelsuppe! Eleg! Oh, okay! Ausheben! Ich glaub wir haben's! Das war irgendwas mit 500, ne? Wir müssen nur gucken, was wir jetzt mit den Schlag mehr kriegen! Ja, ich glaub auch! 550 oder so! Ich mach nur noch Zwiebeln! Ich mach nur noch Zwiebeln! Ich bring jetzt auch gar nichts mehr runter! Ich bring jetzt auch gar nichts mehr runter! Wir kochen jetzt die noch! Wenn gut ist! Ich kenne jetzt... Wirklich knapp! Wahrscheinlich reicht das gar nicht, oder? Nein, die sind die schnell! Aah! Schnell genug! Schnell genug! Jaaa! Cool! Jaaa! Geht doch! doch so lange keine laber im spiel ist also voll deprimiert kommt dieses scheiß lava level mit den feuerbällen haben wir auch geschafft das war ja wohl mit dem vergleich zu dem kreis dreht und das wo ich immer oben war und dann immer gewechselt hat zwischen das ist nicht das wo ihr immer rumstanden aber wir können es probieren mit ihr steht rum es hat ja funktioniert bei dem anderen schalter level das ist richtig das ist nur 380 punkte das auch ein witz wir hatten 400 ok los können wir haben sitzt vielleicht naja standfleisch war oder dass ich habe angst ich konnte um rennen vom schalter runterschubsen was muss ich tun ich brauche tomaten wichtig ich kann mich aber unten gegen lehnen am rand und du läufst einfach über mir drüber okay das klingt ich bin auch am rand weiß nicht ob das gut klappt hier alleine aber wir schauen mal ich meine ich kann die teller waschen wenn kirche rechts aber jetzt brauche ich kann eigentlich hier als hilfe kann du musst das zeug rübertragen nach links aufs schießband wenn ihr unten gerade zeit schafft über konnte ich verreckt aus gut passt schon die tomate liegt ja noch im gang gut dass die nicht verreckt die neue art zu hacken immer anders okay ich brauche danach ja sekunde ich weiß das mal ich weiß nicht was hin muss nächstes mal ich fertig bin wieder drauf das habe ich nicht gesehen jetzt aber warte bitteschön ich höre es nicht auf okay ich glaube wir müssen so phasenweise drauf stehen ja ihr habt ihr auch mal getötet du sponst doch eh drüben ja wir kommen nicht rüber ach so ah ja okay das ist du wieder drauf genau alles gut wir kriegen das hin kann man kurz die tür zu machen unten kann konnen euch tomaten geben warte alter alles gut edelik alles gut kommt gut okay zwiebel 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 du hast mal unten teller du hast ja ich weiß das muss irgendwann raus danke raus konnte ich muss noch eine zwiebel rüber geben wenn wir jetzt zu machen ja ich wollte ja nur die eine zwiebel noch rüber tun alles gut alles gut klingt nicht an dich so ja ich glaube das geht so nicht warum wir brauchen noch kaum punkte 380 wir verkacken es gleich das macht gleich nett ja wir brauchen noch 120 punkte gefühlt ja die ist doch fertig genau rüber das dürften wir gerade so schaffen ich renne ich renne das kann ich locker locker so und die jetzt auch noch okay dann haben wir es jetzt gehe ich runter hoppla ok passt krass hätte ich nicht gedacht wenn jetzt nichts mehr abläuft ja gut viel schneller kannst du es nicht machen ne oder also ja ich stelle nicht 3 3 6 6 stück ok zu 4 sterne müssen sehr gute suppen sein auf jeden fall suppe royal einfach suppe einfach suppe einfach suppe kam jetzt schon diese 6 extra level also 6 extra level ja ok nope dann suchen wir mal 6 1 ist da glaube ich links unten oder was ist das so toll was ist denn das da ach das ist endlevel oder ja das kann gut sein ja uuuh 6 1 yeah ach easy 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 das war rechts runter links hoch ja ne ja mhm so mal gucken pelze ja ja danach tomaten weg ihr habt in euren topf gefolgt ok alles gut alles gut alles gut alles gut hier ist der tomatentopf nein tomate rein dankeschön teller bitte noch 2 stück wie bald ja 2 teller zu konnen bitte krass krass ne nein nein genau pilz raus bitte super edelig das stimmt hier kirche kochen gib mir die zwiebel koch den topf oben gib mir die zwiebel sodass ich drankomme kein teller wolltest du grad die topf rausgeben komm du kannst mir auch ne zwiebel geben ne ich wollte den abstellen aber ich war nur nicht oh ne kann ich nicht tomaten ok jetzt brauche ich tomaten topf auf den herd zumate pilze phillings super ähm ja der topf ist auf dem brett eure tomatensuppe raus fälze hacken fälze hier liegt schon einer hackt ihr habt den topf danach tomaten was kann nicht durch meine güte danach zwiebeln ihr habt den topf äh noch mehr zwiebeln nach tomaten fisch an tipp ne echt komm nicht dran hier tomaten ich steh hier dumm komm schonin hier 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 ok jetzt warte stehe ich noch genug ach gut siebeln juch aaaaaaah kein abkommen ok siebeln da rein danach tomaten nochmal hier teller bis draußen ein teller zu mir ein teller bitte hier nimm topf pilze ähnlich rechts aah hier topf hier ja hier halt da sind wir grad langsam ok danach nochmal pilze ja topf wenn wir topf kommen zwiebeln ok du kriegst nicht gegriffen meine güte hier kirche ich brauch zwiebeln ach du hast schon teller ok komm die zwiebeln in den topf komm die zwiebeln ja ja danach komm wir haben sie übrigens schon egal was links ich war schnell da ha 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 ne hab ich dem einmal die suppe geklaut ach du bist doch du bist doch doof doch nein ich bin die oma mit sonnenbrille doof oma nein 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 das ist die coole oma die junge oma doch doof junge coole oma voll fies und so ja das war auch einfach suppe halt einfach suppe